Herzlich Willkommen zu einer Runde Let's Play Together Battlefield 4 Beta und ich bin in die Luft geflogen. So, dann eben nochmal. Servus Leute, Herzlich Willkommen zu einer Runde Battlefield 4 Beta mit dem Jamix, mit dem Forny, mit dem Nashed und mit dem Down4Life. Servus. Hallo. Kaugen Schwierigkeiten beim Aufnehmen bis jetzt gehabt. Wir haben ja gleich mal den Def eingefangen als ich hier anmoderieren wollte. Jetzt bin ich einfach mal in die Luft geflogen. Ja, mal was für uns ein paar Leute? B.O.B. und ist reich. Ich muss sagen, dass wir einfach mal nach dem Spot. Loll. Warte mal. Loll. Ja. Ich laufe dem Korny einfach nach. Ähm bei Geo. Ich bin gerade gestorben. Ich bin gerade gestorben. Gehen wir mal durch den Aufzug. Durch den Eingang. Genau, bei diesem Eingang, da stand einer. Oh, ich bin von hinten gestorben. Oh, der hat da gecampt. Ich hab B markiert. B markiert. Was wartest du für ne Klasse? Oh, Medic. Hier. Medic. Midi-Pack. Midi-Pack. Ja, wir spawnen beim Korny wieder. Die nehmen hier B. Hier unten ist einer. Ja. B unten ist einer. Rush mal rein. Und ich steh hier nur um und mit dem Tank komm nicht runter. Bin down, bin down scheiße. Kam hier rein. Hab ihn. Warte, ich hol dich. Ja, warte, 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 warte. Hab dich. Hier lag noch einer. Hier noch Medi-Pack. Ja. Danke. Dann lass uns wieder B holen. Ja, B gehört uns. Seht ihr den auf der Karte? Ja, der ist, glaub ich, tot. Ne, der ist noch nicht tot. Ich bräuchte mal Medi-Pack. Ja, ich hab's ganz auf die Treppe geworfen. Alles klar, danke. Panzer, B, Achtung. Wow, 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 what the fuck. Jetzt fährt er gerade los. Ah, Mr. Neben. Okay, dann würde ich sagen C. Wir machen jetzt Horos-Tour oder was? Oh. Alter Cornybird, ihr hättst einfach mal die komplette Hütte explodiert. Ja, ich bin down. Hinter euch ein Tank. Vorsicht, nicht rauskommen. Chill. Geht runter, runter, runter. Äh, einfach hinten. Ist einer von uns Pionier? Ja, ich bin Pionier, aber ich bin down. Aber ich spawn bei euch und dann kann ich den aufs Korn nehmen. Tank ist direkt blau. Ja, Tank steht immer noch da oben. Ist eigentlich von hier aus ganz gut zu erreichen. Jawohl. Ja, der Typ ist da oben noch. Hier, rechte Flanke, komm mit down. Hier, komm her. Geh mal zu meinem Medic mit. Wo ist der Panzer? Er ist immer noch um die Ecke, passt mal auf. Ja, der kommt jetzt hier an den anderen Eingang rein. Der ist jetzt direkt links neben dem eigenen Eingang. Wer ist da gestorben oben? Ich war oben. Ich wollte eigentlich den Panzer aufs Korn nehmen und dann ist mir einer vor die Flinte gelaufen. Dann hab ich spawnen. Einfach wieder bei euch. Aber tot ist er nicht. Ne, der Panzer, der Panzer lebt noch. Panzer lebt noch. Jetzt kommen die LAV, Leute. LAV steht auch noch. Und doch ein zweiter Tank. Jetzt wird es aber... Oh, zwei Tanks, eine LAV. LAV erwischt. Einmal. Das ist echt viel zu heftig hier. Äh, auch keine Raketen mehr. Der kommt hier runtergefahren. Der kommt hier runtergefahren. Der kommt hier runtergefahren. Alter. Der Tank ist runtergefahren. Der Tank ist runtergefahren. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ich skipp dir den Midi-Pack. Ja. Danke, danke, danke. Ich bin runter. Der fährt da. Fuck, der ist da. Fuck, das war's. Alter, wir... Bleib mal safe hier. Der ist ausgestiegen. Der ist ausgestiegen. Danke. Haben wir ihn? Nein, der ist nicht ausgestiegen. Er ist immer noch drin. Er hat repaired, glaube ich. Da ist links noch einer. Links ist noch einer. Kommt hier drauf zu. Down. Ah, hat's überlebt. Medic? Äh, jetzt kommt von der linken Seite... Wo liegt der denn? Wo liegt der denn? Der kommt von beiden Treppen runtergefahren, Leute. Oh fuck. Hier, komm her, komm her, komm her. Hier. Hier. Jetzt kommen noch Fußsoldaten die Treppen runter. Hey, wir sind hier bei B echt schön eingekesselt. Als ganze Squad, ne? Ja, vor allem, wir müssen mal versuchen, die anderen Dinger dann auch einzunehmen. Lieber das eine mal bisschen wegfallen lassen. Ja, ich bin down. Vielleicht... Einer revived. Ich komme, ich komme, ich komme. Da ist einer. Komm her. Danke. Bidipack. Einer war auf der Treppe, der ist aber down, glaube ich. Beide Tanks sind immer noch über uns. Warte, ich komme mit zu... Hier ist ein Mehrstand. Einen Tank habe ich gerade unter Beschuss genommen. Gegner voraus. Ja, down. Ey. Kommt einer, bin down. B wird aber wieder eingenommen. Lol, Moment. Hab dich. Ja, ja, ja. Das ist scheiße. Ah, wir down. Haben wir noch irgendwo Medipack rumlegen? Da kommt zwei in die Treppe runter. Ja, drei die Treppe runter. Drei sind die Treppe runtergekommen. Ich bin da... Ich bin da... Loll, ich bin auch down. Vielleicht packt es noch einer, am neben zu bleiben, ja. Einfach verstecken. Hinter uns, hinter uns. Ah, andere Seite. Verdreckt bei euch. So. Sauber. Warte, ich hole Corny. Danke. Okay. Boah, ich geh mal in die Ecke. WTF? Also, einmal können wir uns nicht vorhalten lassen. Unser Squatter perfekt B verteidigt. Wir haben nur die Flagge B. Das stimmt wohl. Ich hab mal A markiert. A markiert. Hier durch den Gang durch. B, B wieder eingenommen. WTF? Ich bin down. Ey, LAV, LAV, LAV. Runter, runter, runter wieder. Verdammte Scheiße. Wir müssen vielleicht mal die andere Seite hoch. Medipack, werfen Medipack da irgendwo hin. Ich komm runter. Ja, Medipack liegt. F**k. Bin wieder da. Nee, das hast du irgendjemand anders zu geworfen. Jetzt. Ja, die nehmen es immer. Ja, das ist mit automatischen Gerichten von allen. Don't eat my Medipack. Ich brauch auch welche. Ich hab auch nur 15 Leben. Ja. Jo. Ey, wie krieg ich kein Leben dazu? Jetzt die Auto-Einigung. Setz ein. Verrückt. Okay. Wie sieht's denn aus? Wir haben aber so gut wie alle Positionen. LAV, LAV, LAV. Was? Ich glaub ich hab noch keinen einzigen. Doch, ich hab einen getötet. Ich glaub's ja gar nicht. LAV ist kaputt. Tank oben. Ja, wir sollten mal versuchen vom B wegzukommen. Ja, ich hab A markiert. Und hinter uns ist noch ein Cheap. Ja. Da ist noch ein LAV links. Ja. Scheiße, Alter. Gehen wir mal Richtung irgendwo anders hin. Alter, was? Ich hol euch ab. Ich hol euch ab. Komm, wir gehen auf der anderen Seite raus, Leute. Hab dich revived. Danke. Geh der auf der anderen Seite raus. Ich hol euch dann da ab. Der ganz hinten, oder? Hat er getroffen? Oh, fuck. Vorne im Gang steht einer. Ja. Okay. Von rechts hin gegangen. Aber fahr von dem Panzer weg. Ja, ja. Oh, da flitt grad das Hochhaus ein. Sonst können wir versuchen D zu holen. Bisschen neblig, ja. Fahren wir mal da rüber. Markier mal D. Da ist ein Gegner. Gegner rechts, rechts, rechts. Bleib stehen, bleib stehen. Jetzt baue ich mit drinnen. Okay. Ja, sind leider jetzt alle Plätze belegt. Links von uns ist auch noch ein Gegner gewesen. Ja, warum hast du nichts markt? Jetzt links hinter uns. Ich fahre. Achso, ich hätte... Der D ist aber eingenommen. D ist eingenommen. Da sind noch Leute auf dem Dach oben. Soweit ich das jetzt... Wir können C attacken. Ach, ich bin nicht mehr in den Aufzug reingekommen. Der hat zu C gerade auch, Brock. Ja, der hat das voll zugemacht, der Typ. Ah, C wurde eingenommen von den Gegnern. Komm zu C. Warners kann ich grad nix hören. Bei dir down oben? Äh, ganz knapp. Ich komm wieder runter. Ja, ich komm mit dem Aufzug hoch. Achso, da sind Leute. Pass auf. Oh, fuck. Lol. Du wolltest du C, ne? Ja, ich bin down bei C. Die haben sich da revived. Ich hab beide. Okay, ich komm wieder hoch. Ey, der steckt da im Ding fest. Im Boden. Oh, da ist noch einer. Versuch. Unten, glaub ich. Oh, das macht ein Spawn. Guck mal hier. Alter, ich bin down. Ich bin down. Hinten ist ein Panzer bei A. Richtung A. Wow, was war denn das jetzt bitte? Ich hab ne Ahnung. Oh, hinter uns. Da ist einer oben. Wow. Wo kam denn der jetzt her? Vom Fallschirm oder so. Wo kam... Von dem Dächer? Der ist vom anderen Dach runter gesprungen, ja. Ah, muss wollen, muss wollen. Okay. Oh, Heli. Da unten müssen welche drin sein. Panzer zerstört und den Typen auch noch weggeholt. Beim runterfallen. Oder, pass auf, ich glaub der Fahrstuhl könnte auch gleich. Äh, Richtung E würde ich sagen. Ne, Fahrstuhl ist nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ne, er wird schon eingenommen, fuck. E wird geholt, ja. Ja, E wird geholt. Ich bin... Ich hab C markiert. An GMA C, oder? Ja. Kann der Fahrstuhl irgendwann kaputt gehen? Der sieht nämlich extrem hässlich aus, gerade. Och, Medic. Ja. Ah, danke. Ich glaub übrigens, dass mein Ammo-Pack nicht so richtig viel Ammo wie der gibt, oder? Ah, doch, es gibt. Ne, glaub ich auch nicht. Komm mal wieder rein. Komm mal in den Aufzug, Jungs. Ja. Hallo. Hallo, ich bin ihr Aufzug-Boy. Komm jetzt mal rein hier. Ja. Ihr seid alle die gleiche Klasse. Ich erzähle auch gerne Witze, während ich im Aufzug fahre. So. Raus, 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 raus. Wow, da ist ein Heli runtergekommen. Und ein Gegner vor uns. Er ist tot. Heli ist runtergekommen. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Da ist noch einer. Da kommt noch eine Treppe hoch. Perfekt. Da ist noch einer. Da ist einer ges... Wow. Immer noch irgendwas im Wasser. Er hat mich. Aber ich hab ihn auch. C haben wir auch. Ich hab B markiert. Äh, gehen wir jetzt auf C? Ne, C brauchen wir nicht. D haben wir doch. B, oder? Ne, B hab ich doch gesagt. Auf der Brücke waren welche. Unter der Brücke. Oh, ich bin wieder dauer. Loll, da ist auch ein Tank. Loll, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Ja, wir stellen die Dinger hier. Ja. Einer von unseren Squad ist tot. Ich versuch dich zu holen. Ich... Oh, 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 Tank. Alle down. Alle down. Alle down. C wird grade... Spaut noch bei C, wenn ihr könnt. Ach scheiße, man... Ja. Spaut im Gegel mit. Ich könnte es noch schaffen bei... Ne, es schafft. Ein Spawn bei mir. Mit dem Helix. Könnt ihr von hinten die Tanks aufs Korn nehmen. Da ist auch noch ein LEV. Dann hau mal rein hier. Loll. Aua, noch ein LEV. Nicht allzu passend. Da ist übrigens noch ein Tank auf der Brücke. Ballert mal schön auf die Insel. Voll gut, wie der Hubschrauber da im Kreis fliegt. Aber jetzt ist er voll, ne? Ja, da ist direkt ein Tank vor uns, Leute. Ballert mal auf den Tank. Der Tank ist disabled. Die Karre ist disabled. Die Heli meine ich. Äh, ja. Der Tank aber auch. Warte dann. Oh Mann, ey. Reparier. Oh Mann. Aber das ist echt scheiße. Da steht ein Tank und so. Ja, ich bin schon am Reparieren hier. Reparieren. Das sind ganz schön viele Tanks, ey. Kann ich auch machen. Jetzt ist ein anderer auf meine Position gegangen. Oh Mann. Wo, wo, wo. Wir werden irgendwo beschossen. Von links? Ja, der andere Heli ist hinter uns. Will ich irgendjemand aussteigen? Jetzt. Hat er ist unter uns. Okay, ich geh mal raus. Ich hab ihn gefunden. Ist unter uns. Oh Gott. Ich bin direkt in den Heli rein. Woah, ich bin direkt in den Heli reingesprungen. Ich will einfach reparieren, Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Was geht denn ab jetzt gerade? WTF? Was geht ab? Irgendwas schießt mich ab. Ich weiß aber nicht was. Ach du Wichser. Komm auf C. Was? Bin ich links. Oh Gott. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ich möchte nicht mehr. Ich bin hier nur am sterben. Vito. Auf C ist einer. Schon voll durchgelaufen. Krass. Wir sind rechts vorne, oder? Wir sind ein lauter Fahrzeug. Der links bin ich jetzt. Wärts egal, warte. Fuck. Wie gar nichts. Da ist einer. Oh shit. Wow wow. Fuck, ich krieg die Schnelloperator. Aufgepimpt. Wasserlandung. Links immer noch. Ah, der Panzer dahinter. Oh ja. Der Truppentransporter auch. Da kommen lauter Fahrzeuge auf C, Leute. Von A kommen ein paar. Von A kommen ein paar Fahrzeuge. Was ey, da ist so viel los? Ja, es ist nicht mehr feierlich. Rush Hour. Boah. Da hat es mir fast in dem U-Bahn-Schacht noch besser gefallen als hier. Ah ja. Der U-Bahn-Schacht war auch nicht so prickelnd. War ein Schlachtfest. Kommen über rechte Seite C. Bin bei B jetzt angenommen, äh, bin jetzt bei B. Sehr gut. Problem ist, die können über die, übers Meer hier schön rüber ballern. Aus dein Haus nehmen wir uns zu? Ja. Da war dieser automatische Granatwärm, damit hab ich erstmal was ausgeschaltet. Das hat Spaß gemacht. Nehme B ein, nehme B ein, nehme B ein. Fuck. Bei B ist einer. Ah, Mist ey. Ich hab endlich mal wieder ein Kill. Ah, ich capture wieder. Komm mit zu B. Ich glaube auch. Bei B hat es mir gut gefallen. Nein. Hinter uns. Ah, ich bin down. Beide Seiten. Links und rechts sind welche. Ohohoho. Fuck. Scheiße Idee. Warte, warte, komm wieder rein. Nein. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh Mann, wieso bist du raus? Ja, da musst du die Flanken verteidigen. Ist jetzt langsam voll neblig hier auf der Karte. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Geradezu links. Hinter dir. Wow. Ja, hab ich. Da ist aber immer noch einer, oder ist der oben? Hm, hier unten nicht mehr, ne. Also, oben auf dem Hausdach mit dem Fahrstuhl, da ist ein Typ mit dem APG. Der ist voll böse. Hier ballert einer mit einer Handgun runter. Oh! Na ja, oben auf dem Dach. Dein HP überlebt. Weiter. Runtergesprungen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Und wieder welche andere Seite. Hey, Nisha, Mann! Fuck, gar nicht. Hey. Hier, anders. Hier. Zack. Ist runtergekommen? Ach, komm ey. Ich hab ihn doch erwischt gehabt. Blick da noch. Hab dich. Hey, ich bin down, einfach so. Was? Kann ich einen reviven? Ich bin einfach stumpf angelaufen und gestorben. Was ist so random? Ne, hast du nicht mehr bekommen. Komm ey. Ich kann ihn nicht reviven, ey. A wird angegriffen. A wird angegriffen. Da kommen voll viele Leute mit dem Parachute runter und so. Ich bin jetzt nur ein weiterer. Ich bin voll abgesplittet von euch, oder? Loll, ich konnte nicht abballern. Mal wählen. Meine Fresse. Ich glaub, linker Hand sind viele. Bei A fährt, glaub ich, gerade ein LAV rum. Oder ein Panzer. Ne, der kommt gerade nicht zu B. Ja, der kommt zu B. Infantry geht runter zu B. Warte, ich komm mit. Ah, ich bin down. Ich bin down bei B. Okay. Okay, mach dich drauf gefasst, dass die gleich Gegner sein werden. Linke Seite. Achtung, links geht's auch. Kriegt mich einer, kriegt mich einer. Weißt du? Oh, der hier. Ne, doch nicht. Andere Seite ist auch noch einer. Warte, der Messer, ich. Der Messer, ich. Gönn dir. Ab ihn. Zack. Ey, aber die müssten beim Geräusch fürs Messern einfügen, oder? Irgendwie sind unten noch welche. So, ich würd sagen, wir versuchen einfach, wir versuchen derweil zur A zu kommen, Freunde. Ab ihn. Ich glaube, es kommen wieder welche hoch zu uns. Kann das sein? Dass welche hochkommt? Aufzune ist gerade auf, aber als Truppentransporter mit dem Airburst, da heißt das Ding. Hier kann man nicht drüber springen. Ab ihn aufgehoben. Ah, super. Äh, hier, lass versuchen, lass versuchen zur A zu kommen, oder? Ja. Einfach jetzt, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit hier drin stacken, dann bringt das auch nix. Da unten sind direkt zwei unter uns. Ich bin direkt hinter sie gesprungen. Ich auch. Einen hab ich. Ja, der andere ist um die Ecke. Egal, lauf weiter. Vorsicht! Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh, von beiden Seiten werd ich beballert. WTF? Ja, die sind oben auf dem Ding drauf. Du hast keine Chance, die haben da den Gewand. Äh, komplett außenrum hier. Komplett außenrum. Hier hinten geht's ganz komplett außenrum. Ja, ich bin bei dir. Ja, wie krieg ich keine Ammo durch mein Ding. Dauert, ne? Ja, die XM25, die gibt mir keine Ammo. Oh, da kommt einer. Zwei. Fuck, 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 fuck. Hab ihn. Du musst die Große haben. Dann kriegst du Explosives. Guck, die Große hilft dir für Explosives. Ja, die Kleinen nimmst du nur mit und die sind für normale Moni. Toll, Hauptsache er schießt mit RPG, ey. Was geht ab da? Was geht ab? So. Haben gleich noch ein paar mehr gleich. Wir haben hier gleich. Da ist einer bei A hier oben. Hat sich geduckt. Hab ich. Äh, Tank. Oh, da ist noch was. Da kommt noch was. Aus dem Eingang links. Aus dem Eingang links. Bin down. Hab einen. Warte, der kommt vielleicht. Fahrstuhl. Einen hab ich, den auf der Treppe. Oh, RPG. Banade drin. Zwei Hits. Zwei Hits. Yes, Panzer zerstört. Krass. Nice. Drei RPGs. Wo? Der kommt von ganz oben hinter dir im Prinzip. Komm her. Hier, Minipack. Alles klappt. Das große Haus hier oben. Haben wir gespottet. Hitmarker unten. Die kommen mit der Treppe. Hab ihn. Nice. Bin down. Hab einen unten erwischt. Komm von der anderen Seite, Leute. Also unten sind aber... What the fucking hell. Was war das denn? Oh nein. Das waren wir jetzt bei den anderen schnell. Guck mal schnell hier in dem Haus. Da ist aber nichts. Tank ist direkt unter uns. Das gerade nicht. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Zaun, komm her. Komm her. Komm her. Hier. Komm. Medi. Bitte Medi. Komm, ich die Treppe hoch. Habe, habe, habe. Alles klar. Ich sammle das ein. Danke. Der Tank ist immer noch unter uns. Der Tank kommt jetzt hoch. Fährt auf die Rampe. Ich mach ein Blatt. Olle, rauf. Da kommt. Da macht nicht so viel Schaden. Nein. Da kommt noch ein Fahrzeug. Ist das Spiel wieder dämlich? Ich stell mich dann hin. Auf einmal springt er da rüber. Ich deck die Eingänge ein bisschen. Ich deck die Eingänge ein bisschen. Nein. Da kommen zwei Leute unten an der Treppe. Sind da. Die laufen außen rum jetzt. Einer versteckt sich im Gebüsch. Wie ein Medic vielleicht? Ja. Tank ist oben. Tank ist oben. Tank ist oben. Ich bin down. Versteck mich. Oh, dann sieht er mich auch. Mann. Oh, wie viel hält der denn aus? Krass. Krass. Meine Rakete ist bei dem Tank. Von allen Seiten, ey. Das gibt's ja gar nicht. Voll krass. Ich bin gestorben, bevor meine Rakete dem Panzer an dem Panzer geprallt ist. Das heißt, mein Panzer hat sie überleben. Was war das? Das war der Tank. Aber ich dachte, der wäre schon links drauf gegangen. Ich auch. Shit, der ist ja noch da. Ey. Wir haben gewonnen. Was willst du mehr? Juhu. Vor allem mit übelstem Vorsprung, ne? Was für eine verrückte Runde, ey. War echt krass. Ja. Gerade bei, ey. So viel in Bredouille war ich in keiner Runde bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch noch nicht. So viel habe ich auch noch nicht durchgemacht. Ja. Karma is a bitch, ey. So. Mal gucken, was wir hier so bekommen haben. Ja, sicher. Ja. Bin auf jeden Fall dabei. Macht Spaß. Ja, klar. Ist auch cool. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn du... Und ich würde sagen, A-Squad war auf jeden Fall... Also unser Squad war ja mit Abstand, äh, die dominiert's. Ja. Ja, kann man so sagen. Ja, ist doch eine gute Konstellation, dann funktioniert das auch. Ja. So. Äh, ja, dann aber ich stopp die Aufnahme hier und mach eine quasi... Ja, ich mach auch noch eine neue an. Alles klar. Das sieht geil aus, ey. Das stimmt nicht. Ich hab das schon gemacht, da... Das ist richtig. Du bist da.